Hallo Menschen und da sind wir auch wieder, nur für eine kurze Zeit, bei Portal 2. Wir haben hier bei dieser seltsamen Gegend gestorbt. Ja, sie hat dringend eine Zigarette gebraucht und sie wird halt gut hier. Ja, eine Denkpause halt. Hallo Zigaretten. Also darum geht es auf alle Fälle schon mal weiter. Ich habe eine blöde Idee. Okay. Hm, wie machen wir das jetzt weiter? Ah, jetzt ist da alles voller Porn. Drei Flecken. So war das nicht getan? Ja, Gott, zack. Bösen Teil. Dankeschön. Okay. Okay. Hopp. Oh, ich nehme an, das war so auch nicht geplant. Das schon. Hopp. Ähm. Das jetzt hin. So war es okay. So. Jetzt ist er wieder weiß. So. Okay. So. Ähm. 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 Aha. Okay. Jetzt ist er oben. Hm. Ehm. Ähm. Ehm. Ah. Was ist das? Also alles wieder mit Reis. Überbrüsel. So. So. Ah, da oben. Du kannst auch oben an der Decke. Ja, da habe ich mich immer rumlaut rufen lassen. Ach so. Oh, scheiße. Ist das hier vorne blau? Nein. Nein, scheiße. Okay, okay. Okay, dämliche Idee. Definitiv nein. Ich hasse solche Rebels. Ja. Ja, wirklich schwarz. Und dann sonst nochmal alles weiß überdecken. Ja. 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 Können vielleicht hinhauen. Blau Ah, fast Ja Oh, ja Ha Geht doch, geht doch So, jetzt Faszinierend Scheiße Wahrscheinlich hier Blau und der Rest Rot Äh, Orange Da musst du da nicht Irgendwo was setzen Wir müssen da hoch, oder? Ist auch wahrscheinlich hoch Ja Das hat niemand gesehen Ich schon, ich schon Von da unten komme ja her Mhm Mhm Hm Hm Halten und springen zu vermeiden. Ich muss aber jetzt mal eine Spur. Was ist denn? Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte vielleicht eine Idee. Geh noch mal oben auf die obere Plattform. Wenn du da irgendwie hingelangst. Genau. Ah ne, scheiße, das ist in... Ach, fuck, okay. Ich wollte gerade sagen, genau da und dann irgendwie sowas blaues hier irgendwie hinschmieren, dass man da nach oben gelangt. Aber... Voll gegen die Decke. Ja. Oder kann man das Geländer nicht irgendwie hier irgendwie versuchen einzuschmieren? Nope. Dreck. Hm. Das funktioniert auch nicht. Hm. Wie geht's hier weiter? Oh, nicht. Hm. Wie geht's hier weiter? Ich hab zwar jetzt keine Ahnung, was ich hier tue, aber... What up? Hm. Ja, kann man hier nicht alles irgendwie weiß-voll-sülsen? Warte, ich mein, hier oben. Das weifle ist irgendwie... Ich glaub... Ich glaub... Ja, schade. Ach, schade. Oder... Das wär echt genial... Ah, oder doch, vielleicht Glatz? Ja, ich glaub, ich hab' nichts drüber. Scheiße. Oder könnten wir hier alles zum Kleistern? Wäre das schon mal vielleicht ein kleiner Triumph? Weiter, höher geht's ja nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, und auf das Rohr drauf und einfach rüberlaufen? Nee. Wäre eigentlich fast möglich gewesen. Aber nur fast. Oh, da kann man da drüben ein Portal setzen. Nee. Ich bin mal auf dem Boden. Irgendwie gucken, dass man da das Weiße Zeug rüber bekommt. Nicht verzweifeln, dass es die Suche geht. Und an die Decke kann man auch nicht im Portal setzen. Nicht da, sondern dort hinten. Da, genau. Nee, genau, nö. Okay. Hm. Ich bin mir nicht hundertpro sicher. Ich meine, ich hätte vielleicht einen Plan. Hier ist auch Arsch, ne? Hier auf dem Boden entlang verstreichen. Ich kann da nicht bis nach vorne. Jetzt warte. Jetzt warte. Irgendwie hier... Achso. Achso. Echt nicht? Verdammt. Und dann das Blaue? Okay. So vor dem Teil das setzen, wenn's geht. was geht, ihr Polatisch? Ich habe hier dann... Vielen Dank.